Hallo und Willkommen zurück nach gefühlt einem Jahr Funkstille. Ähm, ja. Lassen wir das mal besser beiseite, wie auch immer. Hey, hier bin ich wieder, euer Neox. Wie damals, nur neuer. Viel hat sich getan seit meinem letzten Upload, Wohnungen wurden gewechselt, Ausbildungen begonnen und Wäsche gewaschen. Ich will euch aber auch nicht unnötig langweilen mit meinem Lebenslauf. Das Einzige, was zählt, hier bin ich wieder und ich hab wieder Bock, geile Videos für euch zu machen. Und mit geilen Videos meine ich wirklich, wirklich gute Videos. Nicht das, was die Alten, äh, waren. Nicht, dass sie schlecht waren oder so. Doch, doch, das waren sie. Ja, okay. Sie waren nicht das, was sie hätten sein können, beziehungsweise müssten. Nein. Dies wird sich ab jetzt ändern. Ich werde kein Video mehr rausbringen, von dem ich nicht der Meinung bin, dass es gut ist. Was bedeutet das im Großen und Ganzen? Naja, keine 15 Minuten folgen mehr davon, wie wir unter der Erde Steine weghauen. Beschissene Videoqualität wird nicht akzeptiert. Auch nicht, wenn das Ding 12 Stunden zum Hochladen braucht. Und Qualität über Quantität. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich keine einfachen Hearthstone-Videos mehr machen werde oder andere einfache Let's Plays in dem Sinne. Aber es bedeutet, dass ich wesentlich mehr Arbeit in jedes meiner Videos stecken werde, was Videobearbeitung etc. angeht. Ob das jetzt kleine Texteinblendungen sind oder Jokes oder Skits oder sonst irgendwas in die Richtung. Das kann ich euch jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Ich habe schon ein paar Ideen, aber A möchte ich nicht alles verraten und B hat sich noch nicht alles so ganz manifestiert. Und ich denke, die Zeit wird zeigen, was man da machen kann und was man eher nicht machen sollte. Habt also Nachsicht mit mir, dass die ganzen Sachen etwas länger dauern werden. Ich muss mich da auch erst reinfuchsen und meinen eigenen Style finden und meinen eigenen Flow, um das alles so zu machen. Das bedeutet aber auch, dass halt auf jeden Fall weniger Videos am Anfang kommen werden. Das heißt, nicht unbedingt jeden Tag eins, aber dafür dann definitiv bessere insgesamt. Dazu kommt halt, ja, ich habe halt nicht allzu viel Zeit. Mein Leben hat sich ein wenig geändert und deswegen nicht ganz so viel Kram. Das ist aber alles nicht schlimm, denn das Ziel ist es nicht, jeden Tag ein Video rauszuhauen, sondern regelmäßig richtig, richtig guten, hoffentlich für euch guten Content. Sollte ich mal so schnell werden mit dem Video bearbeiten und so effizient werden mit dem ganzen Kram, dann steht dem mit Sicherheit nichts im Wege, dass jeden Tag ein Video kommt. Aber erstmal sei gesagt, gucken, wie wir klarkommen und ruhig mit den jungen Pferden. Als Einstieg habe ich angefangen mit den Jungs von Der Dritte Spieler, bei denen auf dem Kanal Dying Light zu let's playen. Das könnt ihr euch da drüben angucken und ich würde euch auch wärmstens empfehlen, direkt nach diesem Video dort rüber zu zappen. Am Ende vom Video packe ich euch noch einen praktischen Link zum Klicken, dann könnt ihr euch auch nicht auf dem Weg zu deren Kanal verlaufen. Das war es eigentlich auch alles und ich dachte auch, dass das Video hier wesentlich länger werden würde, aber dann langweile ich mich wenigstens nicht so lange. Mehr dazu oder mehr Sachen kommen dann, denke ich mal, nächste Woche Freitag. Ab da würde ich mal mit Videos meinerseits rechnen. Ob es dann ein Let's Play schon ist, weiß ich noch nicht, aber es wird nächste Woche Freitag auf jeden Fall wieder ein Video geben. Wenn ihr Anregungen habt, was soll ich spielen, was soll gespielt werden, sollen es Let's Plays werden, wollt ihr anderen Content von mir sehen, dann lasst es einfach in der von YouTube praktischerweise zur Verfügung gestellten Kommentarfunktion und dann werde ich mir das alles durchlesen und ich werde auf jedes einzelne Kommentar antworten, so sinnlos es auch sein mag, und werde mir das alles anschauen, um dann herauszufinden, wie wir in Zukunft den Content hier auf dem Kanal gestalten können. Weil es ist mir wichtig, dass nicht nur ich den Content gestalte, sondern dass ihr den Content mitgestaltet, denn ich mache das hier schließlich auch für euch. Und ja, damit haben wir das Ganze auch. Wenn ihr Bock habt, teilt das Video doch einfach mal, damit auch alle die Abonnenten, die mich vielleicht nicht mehr in ihrem Abo-Feed sehen, damit das alles mal wieder ein bisschen in Gang kommt, damit wir das alle auch dann gesehen haben. und immer dran denken, Kommentare schreiben, zu der dritte Spieler gehen, denn ich beobachte euch immer. Und ja, damit wir die Abonnenten, wie wir die Abonnenten haben, 06-V9- Александren, doom und voll und haber το nifED und am BerufWGO-Feed werden,